Also wir sind jetzt im Berliner Express drin. Wir haben jetzt nicht reserviert, aber trotzdem haben wir einen guten Fensterplatz gesichert. Wir haben den Zug gestürmt und uns jetzt irgendwas gesichert. Das Fenster ist ausreichend groß genug für uns und hat jetzt nicht so eine Kurve. Also das sieht man glaube ich auch hier. Also kein Panoramablick. Genau, aber trotzdem ist absolut ausreichend. Man kann wahrscheinlich den ganzen Berg trotzdem sehen. Wir sind jetzt gespannt. Wir fahren nach Italien, nach Tirano. Und dann geht es nach Mailand. Und dann geht es nach Mailand. Jetzt frühstücken wir gerade noch. Wir haben noch Waffeln. Eiswaffeln und Nutella und Pips mit Kräutern drin. Genau, aber mehr auch nicht. Sollte auch reichen. Wir werden jetzt erstmal den Ausblick für vier Stunden genießen. Wir fahren nämlich die volle Fahrt. Und dann geht es wieder um ein섯 Chicken-Best. Auf geht es uns. Dann geht es nach Mailand. Wir fahren nämlich die Fork-Farbrögen. Und dann gehen wir ein paar Minuten. Und dann gehen uns nach M Nai. Und dann gehen nochmal. Und dann gehen wir ein paar Minuten. Musik Musik